Hallo zusammen, hier ist Fydeutschla und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar möchte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir uns hier im Gebiet Revendreth holen können. Und zwar befinde ich mich hier unten bei den Koordinaten 69, 78. Und dort, wenn wir jetzt hier ein bisschen näher herangucken, hier bei dem Turm in etwa, haben wir hier einen kleinen Grabstein. Und hier von dem Grabstein steht eine Truhe, die können wir einfach aufmachen. Und in dieser Truhe befindet sich dann ein Spielzeug, und zwar schimpft sich das Spielzeug Spiegel der neidischen Träume. Und wenn wir das einsetzen, dann haben wir den Effekt, gewährt euch einen neidischen Schimmer, damit ihr wie ein großer Druide von früher aussieht. Und ich würde sagen, das lernen wir jetzt gleich mal und schauen uns das mal an, was das genau macht. Ich stelle mich jetzt hier mal in die Ecke, dass die Mops mich nicht angreifen, denn hier sind dann doch einige. Okay, so, aktivieren wir mal den neidischen Schimmer. Uh, schau mal an, wir haben jetzt quasi einen Druid-T-Set. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ist, warte mal, ist das das T3-Set? Das könnte fast T3 sein, ne? Warte mal, habe ich nicht irgendwo was davon auf der Bank liegen? Ich habe das ja, äh, zusammen gekauft. Hm, ja gut, meine Bank ist ein bisschen unaufgeräumt. Ich meine aber, das könnte das T3-Set aus, äh, könnte so ähnlich wie das T3-Set aussehen. Und man ist so ein bisschen astral. Auf jeden Fall eine coole Geschichte, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und ja, für Leute, die das Set haben wollen und nicht genug Gold haben, können sich dadurch jetzt quasi so eine astrale, äh, Form holen. Falls es denn, ich meine schon, dass es das T3-Set ist. Irgendwie, es sieht so ähnlich aus. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich weiß immer nicht, wie die Sets genau alle aussehen. Gut, damit wären wir schon am Ende. Ich zeige euch nochmal die Map. Hier unten ist es. Für die Leute, die sich das Toy holen wollen, einfach die Kiste aufmachen. Und dann gibt es das erste schöne Toy hier im Addon. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hoffe dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.